Die ASEF hat es geschafft, in den 30 Jahren so viel Kompetenz und Know-how aufzubauen. Diese bietet den Mitgliedern unheimlich viel Mehrwert. Davon profitieren alle Teilnehmer. Es gibt ein super Netzwerk auf allen Ebenen, auf den Arbeitskreisen, im Leiterausschuss. Und alles zusammengenommen ist ein einmaliges Netzwerk, das es nur so in Deutschland gibt. In unserem Windnotteilprojekt geht es um das Thema flüssiges Eis zur Kältespeicherung. Wir haben jetzt ein neuartiges Verfahren zur Eiserzeugung entwickelt, bei dem das Eis durch die Verdampfung von Wasser am Triebelpunkt entsteht. Es ist ein sehr effizientes Verfahren und es entsteht ein Eis, was pumpfähig ist. Deswegen nennen wir das auch Flüssigeis. Was ich sagen kann, ist, dass die Eis-Erzeugung mit diesem Verfahren für sich genommen einen höheren Wirkungsgrad hat als die bisherigen Verfahren. Roundabout 30 Prozent ist die Effizienz mit diesem Verfahren höher. MOKO ist eine Shared Mobility-Plattform, die es einem Stadtwerk erlaubt, innerhalb von vier Wochen selbst zum Sharing-Anbieter zu werden. MOKO sollte man nutzen, weil man durch das Thema Mobilität eine ganz neue Art von Kundenbindung hat. Man gewinnt Neukunden, man behält Bestandskunden, man macht E-Mobilität erfahrbar. Mit zwei Klicks kann ich Fahrzeuge in meiner Region verfügbar machen und habe dann den Schlüssel zum Fahrzeug auf der App. Ein großes Unterscheidungsmerkmal von MOKO zu anderen Anbietern ist, dass der Energieversorger die Kundenbindung hält. MOKO liefert eine Infrastruktur, Hardware, Software, Kundenservice, macht sie innerhalb von vier Wochen zum Sharing-Anbieter. Und das Wichtige ist eben, dass Sie die Datenhoheit, die Servicehoheit haben. Sie können Ihren Kunden einen Service anbieten. MOKO ist lediglich der Dienstleister im Hintergrund und Sie sind der Serviceanbieter in Ihrer Region. Machen Sie E-Mobilität erfahrbar in Ihrer Region. Wir haben offline ein Bezahlverfahren entwickelt. Wir zeigen das hier in dem Case Prepaid Strom. Wir rufen die App auf. Wir werden jetzt aufgefordert, unser Konto wieder aufzuladen. Und hier in dem Demonstrator ist so eingestellt, dafür kaufen wir 50 Kilowattstunden Startguthaben. Jetzt übertragen wir das, durch das Klacken fließt jetzt wieder der Strom. Also Riesenvorteil für die Stadtwerke, ja. Das Verfahren, das wir haben, ist universell einsetzbar. Es ist das erste Mal, dass wir an der ASEL-Veranstaltung teilnehmen. Man hat so einfach die Gelegenheit, einen intensiven Austausch zu führen. Und ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Viele Köpfe an einem Mord zu treffen. Zu vielen Stadtwerken einmal Kontakt aufzunehmen. Und ein Netzwerk zu strecken. Zu dem man sonst gar keinen Zugang hätte. Wie Netzwerke aufgebaut werden, welche Wirkung die entfalten können, fand ich top. Aus unserer Sicht sollte man dabei sein, weil es eine unheimlich gute Gelegenheit ist. Und eben diesen Kontakt herzustellen. Gerade wir als Start-up, die ja nicht so bekannt sind in der Branche, ja. Und nutzten solche Veranstaltungen, ja. Dass wir Gelegenheit hatten, dass hier auch live unsere Lösung, nicht nur in der Theorie am Bildschirm, sondern auch mal live zu demonstrieren. Das hat alles gut geklappt. Und auch die Resonanz aus dem Thura-Kreis hat gezeigt, dass wir da ein Produkt haben, was auch beim Teil der Asef-Stadtwerke auf offene Ohren trifft. Alles Gute, viele energetische und erfolgreiche weitere Jahre im Netzwerk. Also, was wünscht man zum Geburtstag? Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Untertitelung im Auftrag des ZDF wird vorge needs etgestellt. Parameter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017